Im Netz 192.122.10.0 ist ein RAS-Server eingebunden. Dieser vergibt dynamische IP-Adressen aus dem Bereich von 192.122.10.100 bis 254 an Clients. Ein Client hat die Adresse 192.122.10.120 zugewiesen bekommen. Hostn möchte an den Client ein Paket senden. Er startet eine ARP-Anfrage, wobei er die IP-Adresse des Clients als Ziel, also als Target, angibt. Die MAC-Adresse des Ziels wird in der Anfrage auf 0 gesetzt. Die ARP-Antwort bekommt er stellvertretend vom RAS-Server mit dessen Ethernet-Adresse. Daraufhin sendet der Host sein Paket an den RAS-Server, der es wiederum dem Client zustellt. Die ARP-Anfrage oder der